Das ist Frau Kern. Frau Kern ist beim Shoppen. Sie kauft sich per Finanzierung das Laptop, das sie schon immer haben wollte. Ein paar Tage später erhält sie per Post die Cashcard und die Onlinecard der Commerzfinanz. Damit kann sich Frau Kern auch in Zukunft mit flexiblen Wunschraten mehr leisten. Was sie mit der Cashcard alles machen kann? Zum Beispiel im Handel bezahlen. Ihr Auto betanken oder einen Urlaub buchen und überall am Geldautomat Geld abheben oder sich auf ihr Konto überweisen lassen. Mit der dazugehörigen Onlinecard kann sie auch im Internet überall bezahlen. Das Geld zahlt sie in flexiblen Wunschraten zurück. Die Rate macht monatlich wenigstens 3% aus. Frau Kern hat durch die beiden Karten einen finanziellen Spielraum, der ihr Leben erleichtert. Ah, das neue Laptop ist so cool. Frau Kern bestellt sich mit der Onlinecard gleich eine passende Laptoptasche dazu. Commerzfinanz. Sofort gut haben. Auf Wiedersehen. kommt viel zuerst.